Der Wertergeist denkt nur an den Palast aus Tausend und einem Stein, den er sich bauen lässt. Seinem Rang entsprechend. Wenn der von diesen Perlen erfährt, dann will er auch noch ein Stück vom Kuchen haben. Musik ist ihm völlig egal, ihn interessiert nur Reichtum. Meinst du echt, es ist zu riskant, ihn um den Baumwollstein zu bitten? Mhm. Kleiner Prinz, warum rufst du nicht unseren Freund, den Fachmann, fürs Falschen? Gute Idee, Fuchs. Ah! Guten Tag, werter Kunde! Womit kann ich dienen? Sternenstaub? Asteroiden-Eis am Stiel? Weißfried, darf ich vorstellen, der Geschäftsmann? Gute Geschäfte aller Art. Immer zum günstigsten Preis. Schwuppdiwopp, dann wollen wir mal. So, Fuchs geht ihr schon mal zu Blaubart und ich spreche noch mal mit dem Tigerreiter. Also, hier kommt die Eingangshalle hin. Und hier die königliche Küche mit 854 Töpfen. Und da mein Solarium. Fährt, Kundschaft, eilt herbei und bestaunt die außergewöhnlichen Produkte, die ich von meinen weiten Reisen mitgebracht habe. Sie wünschen? Geschäftsmann stets zu Ihren Diensten. Hübsche kleine Bruchbude haben Sie da. Majestät, heute ist Ihr Glückstag. Ich habe hier genau, was Sie brauchen, um diesen Palast einzurichten. Assistent? Oh, Töpfe aus Galactoblech. Ultraleicht, super haltbar. Kulinarische Spitzentechnik. Die ganze Galaxie reißt Sie uns aus den Händen. Das ist einfach nur Schund. Heiße Laufen. Wir verlieren gerade einen Kunden. Majestät, wartet. Es kommt noch besser. Ich kann Ihnen ein unschlagbares Finanzierungsangebot für diesen wundervollen musikalischen Entspannungssessel machen. Herr Siedler, ihr könnt euren Kram wieder einpacken. Ich will nichts davon haben. Hier wäre es mit. Wir wollen bei Ihnen kaufen Baumwollstein. Ich will einfach nicht weiter diesen unsinnigen Befehl gehorchen. Weißfried ist verrückt geworden. Dass er immer weiter Bäume fällen lässt. Jemand muss ihn aufhalten. Warum hast du nicht befohlen, mit den Baumfällen aufzuhören? Du hättest doch warten können, bis Fuchs und der Geschäftsmann mit den Baumwollsteinen zurück sind. Ich weiß doch nicht, ob Ihre Verhandlungen erfolgreich sind. Und solange ich keine Steine habe, baue ich mit Holz weiter. Aber Weißfried, damit riskierst du einen neuen Mückenangriff. Und der Wald ist schon fast weg. Jetzt reicht's. Darüber haben wir bereits gesprochen. Ich habe dich gebeten, dich nicht in meine Angelegenheiten einzumischen. Ich möchte dich hier auf der Baustelle nicht mehr sehen. Mir reicht es auch. Ich mache nicht mehr mit bei der Vernichtung der Wälder. Ich mache Schluss. Ihr müsst euch einen neuen Bauleiter suchen. Also, ihr seid gekommen, um Baumwollsteine bei mir zu kaufen? Da müsst ihr aber sehr großzügig sein. In eurem Koffer ist nichts, was mich interessiert. Heute habe ich leider nur das hier im Angebot. Aber beim nächsten Mal... Ich gebe keinen Kredit. Tut mir leid. Majestät. Und das hier... Wenn Sie wollen, tausche ich das gegen Baumwollsteine. Also, das interessiert mich. Einverstanden. Wartet hier. Ich hole die Steine. Ich würde schon gern wissen, wo diese Perlen herkommen. Kleiner Prinz, wir müssen da oben nachsehen, bevor Weißfried den ganzen Planeten kahl geschlagen hat. Aber ohne, dass uns jemand sieht. Dieser Transporter fährt zur Baustelle. Oh ja. Gute Idee. Danke, meine kleine Spielfigur. Was für eine schöne Perle. Bist du nicht neugierig, Blaubart? Fragst du dich nicht, wo sie herkommt? Zwei Händler haben sie gegen Baumwollsteine eingetauscht. Wie naiv du bist. Ich kenne diese beiden Schönschwätzer. Weißt du eigentlich, dass sie für deinen ehemaligen Feind arbeiten? Den König der Helaner? Jetzt wird mir alles klar. Weißfried will mich überlisten. Der alte Gauner hat einen Schatz entdeckt und will ihn nicht mit den Azeriten teilen, obwohl wir Frieden haben. Für den Palast deiner Träume bräuchtest du nur eine Handvoll dieser Perlen. Du hast recht. Ich muss diesen Schatz haben. Das sind die Worte eines Königs, Majestät. Im Tausch gegen eure Perle überreißt seine Majestät König Blaubart euch diese Baumwollsteine. Einverstanden.